Jedes Jahr starten unzählige Flugzeuge für Millionen von Flügen in unseren Himmel. Weltweit wurden 2016 fast 40 Millionen Flüge gezählt und die Tendenz steigt weiter. Viele Fragen könnte man zum Thema Luftfahrt stellen, beginnend bei der essentiellen Frage, warum ein Flugzeug überhaupt fliegen kann, bis hin zu den ökonomischen und auch ökologischen Problemstellungen und Erfolgen. Doch in diesem Video bleiben wir bei den physikalischen Grundlagen. Genauer gesagt klären wir heute, wie überhaupt ein Flugzeug gesteuert wird. Und das Prinzip ist bei jedem Luftfahrzeug mit Flügel gleich, egal ob beim Airbus A380 mit über 500 Menschen an Bord und 560 Tonnen Startgewicht oder beim im Vergleich dazu lächerlich leichten Segelflieger. Ein Pilot benötigt zur Steuerung eines Luftfahrzeuges die Kontrolle über drei Achsen. Die Längsachse, die Querachse und die Hochachse. Die Bewegung um dieselben nennt sich Rollen, Nicken und Gieren. Um das zu erreichen, sind an den für die Steuerung der jeweiligen Achsen effektivsten Stellen Ruder angebracht, welche dann vom Cockpit aus bedient werden können. Zur Veranschaulichung der Steuerung habe ich dieses Modell eines Segelfliegers gebaut und in einen Windkanal gehängt, wie ihr zu meiner Rechten sehen könnt. Was alles nötig war, bis das jetzt so hier stehen konnte, das wird im folgenden Zusammenschnitt gezeigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 die Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.